Raus aus den Kindermöbeln, rein in das Interliving-Jugendzimmer-Serie 1701. Das Jugendzimmer bietet ein Rundumpaket. Hier wird gelernt, entspannt und sich wohlgefühlt. Der Schwebetürenkleiderschrank, der Schreibtisch und die kleine Wohnwand mit Vitrine wirken durch die anthrazitfarbenen Akzente besonders jugendlich. Genauso wie das exklusive Bett mit Lederkopfteil und hängender Nachtkonsole. Die schwarzen Metallkufen des Schreibtisches und die schwarzen Metallgriffe liegen absolut im Trend und machen das Jugendzimmer zum absoluten Hingucker. Das exklusive Bett hat ein lederbezogenes Kopfteil in Anthrazit und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können das Bett also ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Interliving-Jugendzimmer-Serie 1701 hat 5 volle Jahre Herstellergarantie. Interliving – Möbel für mich gemacht.